Hamburg ist für mich einfach die schönste Stadt. Die Alster, der Hafen und Franzbrötchen. Und ich arbeite gerne in der Intensivpflege. Medizinisch lerne ich immer Neues dazu. Daher ist mir ein guter Ausgleich zu meinem Job wichtig. Und vor allem, dass die Zeit mit meinem Sohn nicht zu kurz kommt. Darum passt das Konzept vom Asklepios Hamburg Pflegepool gut zu mir. Ich schicke einfach monatlich meinen Wunschdienstplan. Und da ich mir die verschiedenen Arbeitsorte selbst aussuchen kann, bekomme ich einen Einblick in die unterschiedlichsten Intensivbereiche. Und auch finanziell lohnt es sich. Dank Tarifvertrag und Poolzulage. Ich kann mein Leben so gestalten, wie es mir gefällt. Arbeit, Familie, Freizeit. Werde Teil unseres Teams im Asklepios Hamburg Pflegepool und gestalte deinen Job in der Intensivpflege und vielen anderen Fachbereichen so, wie er dir gefällt.